paw patrol der mighty kinofilm und ganz ehrlich macht es jetzt sinn zu versuchen dieses thema in form einer regulären review oder einer kritik zu erfassen ich denke mal das macht keinen sinn denn das hier ist eine privatveranstaltung und zwar für eine ganz bestimmte personengruppe nämlich kinder ich habe selber eine tochter die sich paw patrol wahnsinnig gerne anschaut ich bekomme es immer mal so ein halb mit schaus mit einem auge mit ich bin selber nie in das thema eingestiegen und ich kapiere auch nicht warum gerade das hier so unglaublich erfolgreich ist wie es das ist es ändert aber nichts daran dass es kinder glücklich macht und dieser film ist letztlich nichts anderes als eben genau jenes ein film in dem die kinder ein wollen den die kinder mit strahlendem gesicht und großer begeisterung erleben und wo man als erwachsener daneben sitzt und eher etwas genervt ist wobei das größte problem dass ich bei paw patrol habe hat nicht der film erfunden sondern das ist die gesamte grundprämisse dieser ganzen geschichte und das ist eben ein zehnjähriger junge mit scheinbar endloser technischen ausstattung der ein paar sprechende hunde hat die gutes tun und es fällt mir jetzt auch aus einem bestimmten grund schwer den film zu verorten denn ich würde diesen hier als handfestes sequel zu dem paw patrol kinofilm von vor ein paar jahren verorten der unlängst auf netflix gestartet ist da habe ich ihn auch mit meiner tochter gesehen denn in diesem film also im vorgänger hatten die am anfang sowie in der serie ihre station in einem kleinen städtchen und sind dann in die großstadt gewechselt und zu beginn jetzt dieses neuen films ist diese neue station in der großstadt zu sehen das heißt sequel genauso kam in dem film eine weitere figur namens liberty dazu die ist auch hier wieder dabei sequel und der standard bösewicht bürgermeister besserwisser ist in diesem film beim ersten auftreten im gefängnis und ich weiß nicht mehr ob er da im letzten film hin befördert würde würde aber alles für mich eben zu einem sequel sprechen auf der anderen seite habe ich schon gesehen dass meine tochter folgen der serie geschaut hat in denen ein meteorit mit übersinnlichen kräften etc aufgekommen ist und hier im film passiert eben jenes und es ist wie vollkommen neu das heißt wenn sich einer mit der thematik so weit auskennt soll er mir das bitte mal in den kommentaren erklären ja und zum film selber was gibt es dazu erklären wir haben wieder die paw patrol in ihrem standard setting ein meteoritsturz vom himmel beziehungsweise durch eine irre wissenschaftlerin kommt er runter von diesem astreiten splittern steinchen ab und die gelangen an die paw patrol und verleihen ihnen über menschliche überhundliche kräfte die sie dann erstmal ein bisschen für das gute einsetzen dummerweise die böse wissenschaftlerin und bürgermeister wissen besserwisser tun sich zusammen stibitzen den stein zur die steine zurück und dann geht es eigentlich schon in den großen showdown jetzt ist es eben so es macht keinen sinn das ding inhaltlich zu erfassen also ich versuche das jetzt einfach nur mit ein paar punkten an anderer stelle zu sehen zum einen der look ist extrem hochwertig das ist mir auch beim letzten aufgefallen also das ist nicht billig hingerotzte scheiße das ist wirklich ein bunter großartiger aufwendiger look ich will nicht sagen dass das pixar qualität ist aber es ist schon nicht billiger mist der einem davor gesetzt wird und man gibt den kindern wirklich optisch etwas aufs auge dann bin ich etwas überrascht die serie kam mir immer unfassbar albern und seicht vor seicht ist dieser film auch aber ich würde ihn noch nicht mal als komödie bezeichnen natürlich ist eben die grundprämisse die ist albern aber es gibt keine gag flut hier und da mal einen lustigen spruch oder so ein bisschen geblödel aber insgesamt bin ich überrascht wie humor frei ist schon zu hart gesagt aber wie wenig albern und wie wenig witzig dieser film ist dann haben wir hier eine ganze truppe an hunden aber es rückt eigentlich nur eine figur vollkommen zentral in die mitte das ist sky diese fliegende hündin was ein pro und ein kontra sein kann denn ich glaube leute die oder kinder die sky richtig klasse finden feiern das total ab allerdings wer jetzt auf eines der anderen viecher steht die sind hier zu absoluten nebendarstellern degradiert leisten ich kaum etwas zur handlung und wenn da einer reingeht eben um zoomer oder so zu sehen ich glaube da könnte es dann auch enttäuschte sachen geben und was mich auch verwundert hat die der titelsong der serie ist nirgendwo im film zu hören außer einmal ganz kurz als instrumentalversion was ich etwas komisch fand ich dachte man muss dem kleinen kind doch irgendwie in der hilfe zur hand geben ja das kennst du aus dem fernsehen jetzt siehst du es auf der großen leinwand ansonsten muss ich sagen das ding ist 90 minuten lang optisch ist das ding wirklich toll also das ist richtig hochwertige animation über das inhaltliche warum die da mitten in der großen stadt sitzen und zum brand auf einem schrottplatz gerufen werden und nicht die feuerwehr und sie sonst in der stadt scheinbar nichts zu tun haben über derartige dinge braucht man nicht nachzudenken alles in allem gibt der film das was er will und das was sein soll und wahrscheinlich werden jetzt auf den weihnachtszetteln demnächst wieder ganz viele kleine wunsche auftauchen die jetzt in dem film präsentiert werden zum beispiel gibt es da drei neue hündchen die mitziehen da gibt es dann entsprechende stofftierfiguren und der film adressiert es auch indem er an einer stelle sogar in die kamera sagt liebe eltern es tut uns leid ich entziehe mich jetzt einer wertung ich habe den ding auf letterbox drei von fünf punkten gegeben aber ich bleibe dabei ich glaube nahezu alle eltern die da reingelangen werden genervt sein und nahezu alle kinder werden spaß haben und darum ist es egal der film ist für diese gruppe und die werden glücklich wie seht ihr das habt ihr auch kinder wie guckt ihr mit denen diesen film oder habt ihr das thema bislang vermeiden können erzählt mir das doch mal in den kommentaren unter diesem video ansonsten könnt ihr immer gerne einen daumen da lassen gerne ein abo und wir sehen uns gerne zur nächsten kritik macht's gut bis dann